Guckt mal Leute, was wir heute vorhaben. Wir werden heute Dandy Lucky Blöcke gegen Buffalo Lucky Blöcke spielen und freut mich hier, dass ihr heute eingeschaltet habt. Abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt ein liebes Kommentar. Und jetzt fangen wir mal an, oder Dandy? Ja, meine Lucky Blöcke sind tausendmal krasser als deine Lucky Blöcke. Niemals, Dandy. Meine Buffalo Lucky Blöcke sind viel besser. Dann zeig mal deine Lucky Blöcke mal her. Hier, ich zeig's dir. Guck. Und zack, Melonen. Glitzernde Melonenscheibe. Wow. Melonen. Super, guck mal, was bei mir rauskommt. Äh, ein Eisenblock. Okay, das ist jetzt nicht so Lucky, aber warte ab. Warte ab, Buffalo. Meine Lucky Blöcke werden deine besiegen. Und das Ende, und am Ende das Battle, das werde ich gewinnen. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, ja. Okay. Buffalo, guck mal. Oh, Pumpkins. Ja, ja, guck mal, was ich jetzt... Ich hab Potions bekommen. Guck mal. Ein Potion of Strength, ein Potion of Water Breathing, Fire Resistenz und Regeneration. Das hast du nicht, oder? Ich hab ne Kuh. Wow, was willst du mit der machen? Milka-Schokolade oder was? Oh, viel Spaß. Ach, nein. Oh, doch. Boah. Oh, Alter, pass auf. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich hab zwei Blöcke, die ich dir geben kann, wenn du dich rüberbauen willst. Einmal den hier. Zwei Blöcke? Ja, da kannst du rüberspringen. Oh mein Gott. Spring rüber, komm. Doppelsprung. Anlauf. Ne, das wird so weit. Doch, guck mal, geh weg. Und zack. Und das geht wirklich nicht. Ach, Mann. Wir brauchen noch ein... Ah! Nimm die Blöcke. Warte. Jetzt sollst du eigentlich rüberkommen. Warte. Ja, ich glaube, ich komm rüber, ja? Jetzt schaff ich es. Und zack. Okay, weiter. Es geht weiter, Leute. Und was krieg ich jetzt? Oh, ich hab nen Potion bekommen. Krank der Stärke. Nice. Ich hab keine Ahnung, was ich bekommen habe. Du hast nen Diamantblock. Oh. Ich hab nen Willerskelettkopf bekommen, aber ich werd keinen Willerspawn. Und diesen Zombie. Guck mal. Guck mal. Guck mal, was ich hier habe, Dandy. Machst du nicht. Du weißt, das muss ich nicht hauen. Ja, ich bin vorsichtig. Und hinten hinein. Warum? Nein. Ich hab hier so nen alten Lucky Villager. Der verkauft mir gute Sachen. So, zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Ganz viele Küche. Meine Lucky Mücke sind die besten. Nice. Das war's. Das war's. So, ich mach ich immer. Ah, ich bin im Gefängnis. Hilfe. Tja, dann kann ich mir einen Vorsprung aufbauen, Dandy. Mach doch. Ich komm hier raus. Was hab ich denn hier bekommen? Ich hab gar keine Diamanten. Was soll ich mit dem? Ich hab nen Coin bekommen? Wofür soll ich denn? Aber hier ist kein Brunnen. Ja, meinst du, das ist natürlich. Oh, ich hab nen Niederstand. Ah, hier. Kommt das doch denn Brunnen? Ja, aber. Und was? Oh mein Gott. Nein, dieses Skelett. Ah. Pass auf, das war wie ein Creeper. Ja, ich hatte Pech irgendwie. Regenerationstrang. Reitermit. So. Hasen. Was soll ich mit dem Hasen machen? Ändermit. Ändermit, guck die nicht an. Ich hab die angeguckt. Oh nein, Bufle, du bist verloren. Hast du gesehen, wie viele das waren? Ich hab's gesehen, ja. Hast du schon irgendwie Rüste oder krasse Waffen? Ich hab... Hilfe. Ich seh nix, ich bin blind. Es wurde dunkel. Ah, ich bin blind. Für 20 Sekunden sind wir blind jetzt. Ich hab ein... Oh, ich hab... Oh, ey. Ich brauch keine Sachen. Wieso? Ich hab ein Potion bekommen, der OP ist. Ehrlich? Natürlich. Wie heißt der? Oh, ich hab Probleme. 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 Ich kann nicht helfen, Bufle. Ich muss mir selber hier helfen. Oh, Mann. Diese blöden Viecher. So. Geh du runter. Und den nächsten Lucky Block. Ultimate Lucky Block Pink Helmet. Was hab ich da bekommen? Ich weiß nicht. Oha. Ich zieh den mal an, auch wenn er kaputt geht, wenn ich ihn ausziehe. So, dann das. Oh, du bist noch voll weit. Ich muss aufholen. Was? Hilfe. Was ist das? Bücher? Ein Schalterbox. Ein Villager. Ich hab nicht meine Waffe. Dandy, hol mal auf. Oh, mein Gott, Bufle. Ich werd dich so besiegen. Ich werd dich so was von besiegen. Nein, Dandy. Das war's mit mir. Warum? Was ist los? Oh nein, die Dinger. Wie soll ich ihnen helfen? Das geht doch gar nicht. Das war's mit mir. Ja, das war's. So, ich mach mir ganz kurz hier was krasses. Einen Hero Bogen. Und du hast gar keine Chance. Du hast wirklich gar keine Chance gegen mich. Wie, woher hast du das Ganze, die ganzen Diamanten? Ah, Hilfe. So, jetzt kommt der Hero Bogen, ein Heroes Potion und ein Evil Potion, Freunde. Wir sind so stark. Du wirst gleich beim Kampf, ne, Buflo. Du wirst sowas von besiegt werden von mir. Soll ich dir helfen? Ach, Mann, ich mach gar keinen Schein, weil ich... Soll ich dir helfen? Danke. Hab's ja gut gemacht mit dem Bogen. Kein Ding. Und weiter geht's. Und was hab ich? Krieg ich mal was Gutes? Krieg ich hier nichts Gutes? Ich hab jetzt endlich mal Schuhe. Alter, ich guck mich hier an. So, weiter geht's. So. Und noch ein, äh... Was hab ich denn hier alles? Nimm mal alles mit, Leute. Nimm den nächsten. Oh. Ach, Mann, wir kriegen nicht so Gutes. Danny, was kriegst du so? Ähm, ja, ein paar Sachen hier halt. Das ein oder andere. Oh, ich hab ein Feuerwerk bekommen. Ui. So, weiter geht's. Ganz wie Gold. Wieder ein Heroes Potion bekommen. Und? Rohrherren. Ich kriege hier nichts Gutes. Ich hab bis jetzt noch keine Waffe, Dandy. Lucky. Oh, ich hab Pechtränke bekommen. Oh, Glickstränke. Okay, den trinke ich dir ein. Nein. Was macht die hier? Ich seh nix. Ich hab das jetzt in den Unser geworfen. Ich seh nix. Oh. Mein. Gott. Leute. Ach, hier. Warte, ich seh mal einen Lucky Block. Schon wieder einer. Wie viel Pech kann ich denn haben? Du hast halt... Oh, ein riesen Zombie. Du hast auch ein riesiges Hobby bekommen. Und ein... Und drauf ist ein Garst? Was? Was ist das denn hier los? Was ist denn hier verkehrt? Ich besieg den Garst. Okay. Ich hab ihn besiegt. Nice. Und? Wo verschwinden die? Alter. Lama, es geht weg. Ich hab euch nichts getan. Oh, hier ist... Boah. Warte mal. Warte mal. Was hab ich denn da gerade bekommen, Leute? Nee, nur Pfeile. Ich kriege echt nichts Gutes. Das ist, Leute. Ich glaube, ich hab Pech. Du hast kein Pech. Buffalo, zieh durch. So. Oh, eine Warrior Shest Blade. Ja, die ist gut. Die ist gut. Zieh dir an. Die ist wirklich stark. Glaube ich die nicht. Doch, die ist stark. Trau mir doch mal. Na gut, ich vertraue dir. Oh. So. Und? Was kriege ich jetzt? Ah, ich bin im Gefängnis. Potion auf. Fire Resistance. Trinken. Okay, nice. Ich hab's überlebt. Und was ist hier drin? Eine rohe Qualle? Was soll ich mit einer rohen Qualle? Hi, Papagei. Ist es meiner? Oh, ich hab eine richtig gute Idee, Freunde. Hier sind voll viele Papageien. Papageie? Oh. 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 Oh, weiter geht's. Wie weit bist du schon, Buffalo? Ach, nur so. Nicht weit. Oh, Schweinchen. Ich brauch was zu essen. Ah, da. Mal wieder regenerieren hier. Ich kann nix essen. Doch, kannst du. Das sieht zwar so aus, aber man kann essen. Nee, bei mir nicht. Oder kann man glitzernde Melonscheiben essen? Ja, kannst du. Funktioniert bei mir nicht. Oder warte mal, ich hab hier ein Apfel. Der Apfel funktioniert. So, ich komm mal rüber. Ich bin fertig mit meinen Lucky Blöcken. Warte noch. Ich bin noch nicht fertig. Warte, bis ich fertig bin. Nimm meine Blöcke nicht weg. Natürlich nehm ich die nicht weg. Aber ich wollte schon mal rüberkommen. Hier ist ein Baby Jab. Baby Jab. Was ist das denn? Ach, jetzt regenerier ich. Ah, Buffalo! Was soll das? Oh Mann. Okay, Buffalo. Wir haben alle Lucky Blöcke durch. Wollen wir jetzt unser mega krasses Battle machen? So, warte. Ich räume mal ganz kurz mein Inventar auf. Weil ich so viel Müll drin habe. Das ist meine Enderkiste. Willst du dir was aus dieser Enderkiste wünschen? Soll ich dir was geben aus dieser Enderkiste? Ich weiß nicht, was du da drin hast. Ich hab da Diamantsachen. Du hast Diamantsachen? Guck mal. Die brauche ich gar nicht mehr. Die sind übrig geblieben. Die müssen sie haben. Guck mal rein. Was ist das? Ja, ich nehme mal die Schuhe. Und bei der Brustplatte bin ich mir nicht sicher, was besser ist. Ah. Leute, ich weiß es nicht. Ich hab so krasse Sachen, Buffalo. Ich werd dich auseinandernehmen. So, okay. Ich werd jetzt diesen Trank nehmen. Oh. Du nimmst auch einen Trank? Und ich werde jetzt dann gleich. Ah. Sag vor allem, wann's losgeht. Los, sag. Go. Okay, Leute. Jetzt geht's los. Ich seh dich trotzdem, obwohl du unsichtbar bist. Ja, ich hab aber Instant Health und du hast keine Chance, Buffalo. Ah. Treff ich dich überhaupt? Nee, du bist zu weit weg. Kann nicht zu weit weg sein. Ah. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Bendy. Warum kann ich dich nicht treffen? Brenner. Du hast eh Fire Resistance. Oh, mein Helm ist kaputt. Warum kriegst du keinen Schaden? Ich hab volles Leben. Ich hab volle 15 Herzen. Du cheatest. Oh. Willst du eine Revanche? Du cheatest. Ich cheatest nicht. Ich hab einfach nur krasse Sachen bekommen. Aber der Rüstung ist gleich kaputt. Willst du eine Revanche? Na gut. Guck mal, ich treff dich. Oh, jetzt treff ich dich auf einmal. Ja, ja, ja. Bendy. Jetzt trinke ich meinen Trank. Ach, Mann. Das hatte ich Stärke 5 oder so, oder? Leute, das ist unfair. Danny hatte einfach bessere Chance mit seinen Dandy Lucky Blöcken. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal. Schreibt ein nettes Kommentar. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schaut auch bei Danny vorbei. Ich bin ein Zombie. Geh weg, Zombie. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.